Kroatien zählt zu den Top-Destinationen für Urlauber. Die rund 2000 Kilometer lange Adria-Küste bietet hauptsächlich Fels- und Kiesstrände, aber auch einige mit Sand. Unzählige Inseln perfektionieren die Idylle. Die Halbinsel Istrien im Norden und die Insel Rab in der Quarna-Bucht gelten dabei als die beliebtesten Urlaubsziele. Ein Tipp für alle, die gern feiern, Die Insel Park wartet mit dem Partystrand Schritsche auf, an dem man ausgelassen durch die Nacht tanzen kann.